Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Prädikatenlogik. So, heute geht es um die Skolim-Normalform und ich warne euch gleich ein bisschen vor, die ist nicht ganz so intuitiv und sie ist auch nicht komplett gleichwertig mit der Pränexen-Normalform, aber ich brauche eine Formel in Pränexen-Normalform, damit ich sie in Skolim-Normalform umwandeln kann. Und das möchte ich jetzt mal mit euch machen, hier dieses f in Skolim-Normalform von f umzuwandeln. Ähm, wie gesagt, es muss, ähm, hier hinten eine Formel haben, die komplett quantorenfrei ist und alle Quantoren stehen halt dann vorne dran. Ähm, genau. Also, fangen wir an. Wir machen erst einmal einen Allabschluss über alle freien Variablen. Was bedeutet das jetzt wiederum? Naja, ähm, ich mache hier mal dieses existiert z weg. Es ist jetzt eine andere Formel, ich weiß, Absicht. Ähm, das bedeutet jetzt einfach, wir wollen einen Allabschluss machen, ich habe euch schon gezeigt, was das genau ist, über allen freien Variablen. Das heißt, wir gehen einfach hier durch und wenn wir eine Variable finden, die nicht durch einen Quantor gebunden ist, also x hat hier vorne seinen Quantor für alle x, dieses a hat einen Quantor, y hat einen Quantor und z hat einen Quantor, äh, z hat eben keinen Quantor. Und dieses z, das müssen wir jetzt in dem Allabschluss berücksichtigen. Das heißt, wir schreiben uns ein f'', das genau gleich ist, nur jetzt ein für alle z noch vorne dran stehen hat. Für alle z. So. Ähm, ja, jetzt haben wir sozusagen den Allabschluss gemacht, für dieses, äh, für diese Formel f hier oben. Jetzt können wir weitermachen, ähm, jetzt muss das Ganze in Pränexen-Normalform, was es schon ist, also theoretisch müsste ich dieses für alle z hier hinschreiben und danach rausziehen. Aber, das ist auch so okay, ähm, wir haben direkt die Pränexen-Normalform und jetzt müssen wir das Ganze skolemisieren. Und das ist ein bisschen komplizierter. Und zwar fangen wir an, indem wir sagen, für jedes dieser existenzquantifizierten Variablenteiler hier, also für a und für y, die existenzquantifizierten Variablen, fügen wir ein neues Funktionssymbol, Funktionssymbole sind hier, also ein neues Funktionssymbol ein und das Ding muss k-stellig sein und abhängig von allen Variablen, die allquantifiziert sind und links davon stehen. Was bitte, was? Ja, ähm, nicht so schwer. Eigentlich, ähm, wir gehen jetzt einfach durch und sagen, okay, wir haben hier ein existenzquantifiziertes a. Gut, also fügen wir ein neues Funktionssymbol ein. Ich hoffe, die Schreibweise ist okay für euch. h und h ist abhängig von, also ich kopiere das hier einfach mal, sag f' dazu und h ist jetzt abhängig, ähm, von einer Variable, nämlich von der allquantifizierten Variable, die links davon steht, also außerhalb, also dem Scope, ähm, im Scope her auch noch dieses a hier drin befasst. Also der Scope von x ist ja hier komplett einmal drüber, ja. Und, ähm, dieses, dieses a steht in Kontakt mit dem x, also das x gilt schon, wenn das a erst definiert wird, sozusagen. Ja, und dann sagen wir hier, okay, wir ersetzen dieses a durch ein, äh, durch dieses Funktionssymbol h und das ist abhängig von x. Also sagen wir hier, okay, ähm, statt a schreiben wir h von x. Naja, gut, wir können ja einfach, das ist ja das einzige, von dem das a abhängt. Okay. Ähm, Achtung, wenn wir jetzt hier noch einen, zum Beispiel für alle w, ups, für alle w stehen hätten, dann müssten wir dieses h nicht nur von x abhängig machen, sondern auch von w und so weiter und so fort. Das heißt, da kann was richtig Fettes bei entstehen. Unser Glück ist, wir haben nur eine allqualifizierte Variable vorne dran und rechts davon interessiert uns nicht. Das steht ja rechts davon, das da hinten interessiert keine Sau mehr, was, äh, also die Variablen, die hier vorne benutzt werden, ähm, interessiert nicht, was hier hinten noch passiert. Gut. Ähm, deswegen brauchen wir dieses für alle z nicht berücksichtigen, sondern nur dieses x. Okay. Und jetzt machen wir dasselbe noch für, äh, da sage ich einfach mal i dazu, auch ein neues Funktionssymbol für y. Das heißt, das y fällt komplett raus und wir schreiben statt diesem y wieder, Achtung, wir sind hier gewesen, wir gucken links davon, dass es Existenz quantifiziert, interessiert uns nicht, wir gucken, was es all quantifiziert und haben ein neues Funktionssymbol, was dann davon abhängt, also i, ups, i von x. Okay. Ähm, so, und jetzt sind wir schon fast fertig mit der Skule im Normalform. Ihr fragt euch höchstwahrscheinlich, was bringt mir das Ding? Ähm, werden wir in den Beweiskalkülen sehen, dass wir die teilweise mal brauchen. Also, manchmal muss die Formel in Skule im Normalform sein, dass wir es überhaupt benutzen können. Schade drum, äh, Brennhexe gefällt mir persönlich auch besser, aber, ja, ist halt so. Ähm, genau. Und jetzt sind wir fast fertig, jetzt brauchen wir noch einen letzten Schritt, das wäre dann der letzte Schritt. Und zwar, ich nenne das Ganze jetzt mal F3 Strich. Wir müssen in eine KNF kommen, also der Teil hier braucht jetzt seine konjunktive Normalform. Äh, denkt ihr euch höchstwahrscheinlich, es ist echt nervig, das umzuwandeln. In unserem Fall jetzt gerade ist es gar nicht so schlimm. Ähm, wir können ja einfach das hier wieder kopieren und uns mal anschauen, was so passiert. Und zwar, hier steht ja, X oder irgendwas, also, ich schreibe das mal hier unten kurz hin. Wir haben hier ein X, ähm, oder, und dann bezeichne ich den Kram hier einfach mal als, äh, achso, apropos, das hier drin ist halt leider, äh, ja, äh, ein bisschen ungünstig, das wird euch auch im Normalfall nicht unterkommen. Ihr könnt das hier ersetzen, das hier durch noch ein neues Funktionssymbol, was dann, ähm, was euch dann hilft. Aber ich werde jetzt hier zur Einfachheit einfach mal ein Komma dahin setzen und so tun, als wäre das Ding zweistellig und hat dann halt in sich selbst noch ein, äh, und drinnen stehen. Das heißt, ähm, P wurde gerade erweitert. Es ist im Prinzip gleichwertig. Ich kann ja einfach in P sagen, statt dass ich hier, ähm, nur ein Wert reinkriege, kriege ich halt zwei Werte rein und verunde die, sobald sie reinkommen. Es ist im Prinzip genau dasselbe. Ähm, nur dass ich jetzt damit umgehen kann. So, und jetzt sage ich hier mal, okay, ähm, ich habe hier ein x oder, ups, a, und im Prinzip steht hier nicht mehr drin. Hier steht P von Q von H, Komma i. Und hier ist wieder die Klammer zu. Also das ganze Ding ist eigentlich bloß ein Teil, was wir nicht genauer betrachten müssen. Also hier steht im Prinzip nur ein Wert drin. Und jetzt haben wir schon wieder hier ein oder und ein z. Das heißt, wir haben eigentlich unsere Normalform schon, in dem wir hier sagen, äh, x oder, und dann den ganzen Gramm oder z. Und warum ich das gerade so umgemacht habe, ist, ich möchte mein Copy-Paste, äh, behalten. So. Und schon haben wir unsere konjunktive Normalform. Und dadurch unsere Skolem-Normalform. Wunderbar. Ähm, ja. In dem Fall sind wir fertig. Ansonsten müsst ihr hier halt ein bisschen mehr rechnen. Das kann dann eventuell mal ein bisschen aufwendiger werden. Aber, ja, ist halt so. Alles klar. Ähm, in dem Fall können wir jetzt weitermachen. Und zwar mit Beweisen. Und zwar möchten wir zeigen, dass manche Formeln wahr sind, immer wahr sind, oder auch nie wahr sind. und das tun wir mit Kalkülen. Eins davon habe ich schon mal komplett, äh, Das war das Lambda-Kalkül. Das hat allerdings noch ein bisschen mehr, ähm, ist auch ein bisschen größer und umfangreicher gewesen. Die Kalküle, die ich euch jetzt zeigen möchte, sind nicht ganz so groß. Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.